Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin weiterhin nicht wirklich impulsiv nach oben. Wir sind weiterhin so an der Marke von 29.400 US-Dollar. Neuer Trade ist auf jeden Fall geplant. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben jetzt Freitag, wir hatten gestern wichtige Daten aus den USA. Die VPI-Daten hat aber jetzt nicht sonderlich Auswirkungen gehabt. Kurzfristig ja, aber ansonsten nicht wirklich. Auch die traditionellen Märkte nicht wirklich mega bullisch gewesen. Schauen wir uns jetzt alles im heutigen Update-Video ab. Wird ein kurzes Update, weil sich, wie gesagt, wenig getan hat. Aber ich möchte das Wichtigste jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Bevor wir trotzdem starten, gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich immer alles for free. Und heute um 12 Uhr kommt die neue Podcast-Folge Crypto & More Online. Vielen, vielen Dank für eure positive Resonanz. Lasst wie immer gerne da auch ein Like da. Kommentiert auf YouTube überall. Ihr könnt auch gerne Infos aus den Podcasts, das habe ich jetzt auch in den neuen Folgen dann erwähnt, gerne auch teilen oder so per Video aufnehmen und daraus Reels oder sonstiges machen. Würden wir uns drüber freuen. Also vielen, vielen Dank für eure positive Resonanz. Wie immer heute um 12 Uhr oder wie jeden Freitag kommt die neue Folge online. Apple, Spotify und mittlerweile auch Deezer und anderen Podcast-Portalen. Gut, und damit würde ich sagen, genug Werbung gemacht. Bitcoin bei 29.450 US-Dollar. Ihr seht hier diesen WIG, der kam gestern zustande, nachdem die Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Da blicken wir jetzt nochmal ganz kurz drauf, wie sind die Zahlen ausgefallen. Wir hatten VPI-Daten von 3,3% in der Prognose. Es sind aber nur 3,2% geworden. War ein bisschen absehbar, dass die ein bisschen besser ausfallen sollten, weil eben Ölpreis, Energiepreise noch nicht so stark sind wie vor einem Jahr. Also sie sind immer noch ein bisschen tiefer. Dass die Inflation steigt, war aber auch wiederum ein bisschen klar. Also eigentlich grundsätzlich positive Zahlen, auch wenn die Inflation stärker ist. Aber die FED hat das Ziel zwischen 3,5%. Das ist das Ziel der FED. Und danach sieht es weiterhin gut aus, solange die nicht exorbitant steigen. Wichtig in dem Sinne auch, wo haben wir es, wo haben wir es, die Kernrate auch um 0,1% sogar gesunken. Also besser als prognostiziert. Sehr, sehr gutes Zeichen. Und auch hier die Verbraucherpreise auf den Monat gerechnet, die Kernrate auch human mit 0,2%. Also sehr, sehr gute Zahlen grundsätzlich. Einfach mal heute, was haben wir heute noch, wo haben wir es, wo haben wir es, 14.30 Uhr kommen dann auch nochmal News. Die Erzeugerpreise, auch die sollten wir mal ein bisschen im Blick behalten, wie sich diese verändert haben. Also um 14.30 Uhr nochmal ein paar News für uns. Auf jeden Fall Bitcoin, wie gesagt, erster Push Richtung 29.7 Uhr, danach wieder Abverkauf. Und meine Kauforder, die liegt, das habe ich auch schon im Livestream dazu gesagt, momentan bei 29.300 US-Dollar. Das heißt hier genau am Golden Pocket mit eben diesen Stop-Loss und daran hat sich auch nichts geändert. Weiterhin hier unter dem 0,786er bei 28.950. Heißt, wir haben hier einen Risk von 1,15%. Wird interessant werden, ob das noch abgeholt wird. Gestern, wie gesagt, kurz vorher gedreht, genau hier an dieser Ineffizienz auf dem 4-Stunden-Timeframe. Auf dem 1-Stunden-Timeframe ebenfalls genauso. Also kann auch sein, dass das schon der Boden war. Aber trotzdem, meine Order liegt hier unten weiterhin parat. Diesen Bereich würde ich mir, wie gesagt, gerne noch holen. Das Golden Pocket weiterhin viel, viel zu verlockend. Gehen wir mal ganz kurz auf die Aktienmärkte rüber. Die XY weiterhin eher in so einer Seitwärtsrange. Gold weiterhin ein bisschen unter Druck. Dow Jones auch keinen wirklichen Impuls mehr. Die Short Order hier oben wurde weiterhin noch nicht abgeholt. Also so richtig Bewegung in den Märkten ist hier noch nicht, außer dass der SPX jetzt mal auf seinen Support drinnen ist. Ihr seht auch hier schon die Long Order. Auch beim SPX bin ich jetzt Long gegangen mit einem Stop-Loss bei ungefähr 4.405 Punkten. Also auch hier ist die Long getriggert. Aber so eben dieser Befreiungsschlag ist noch ein bisschen ausgeblieben. Darauf warte ich ehrlich gesagt noch deswegen die Long Order nach unten. Nach oben hin ist auch, wie gesagt, weiterhin eigentlich nichts anders. Wir müssen nachhaltig über die 30k-Marke, um wieder mal so ein bullisches Momentum zu bekommen. Ansonsten ist der Markt einfach in einer kompletten Seitwärtsphase gefangen. So fair muss man sein. Es tut sich einfach derzeit sehr, sehr wenig. Volumen ist rückläufig. Also ich erwarte heute schon noch einen Move. Und dann steht das Wochenende schon wieder an und dann wird wahrscheinlich wieder gar nichts passieren. Also heute nochmal Hoffnung haben, dass die Order abgeholt wird, dass wir ein bisschen mehr Bewegung reinkriegen. Ansonsten gehen wir nochmal gerne in den Tagesschart rein, machen wir noch die FIP-Levels ganz kurz weg, schauen uns das an. Und demnach haben wir auf Tagesbasis eben noch diesen Push oder diese Möglichkeit hier diese kleine Ineffizienz zu schließen bei 29.275 US-Dollar. Das heißt, die Order würde auf jeden Fall noch abgeholt werden. Und das ist auch weiterhin so ein bisschen die Chance, die ich einfach hier sehe, um dann gegebenenfalls nochmal einen Anlauf nach oben hin zu starten in Richtung 30.000 US-Dollar. Aber brechen wir oder wird die Order dann, sag ich mal, hier unten in den Stop-Loss ausgelöst, bleibe ich dabei. Sind nächstes Ziel 28.24 und dann die 27.5. Also ihr seht, hat sich wirklich was getan. Wir warten auf die News heute um 14.30 Uhr. Wird nochmal interessant werden, deswegen jetzt nur ein ganz, ganz kurzes Update. Später um 13.00 Uhr oder um 14.00 Uhr kommt dann noch das XRP-Update. Könnt ihr euch drauf freuen, für alle XRP-Freunde da draußen. Und ansonsten brauche ich das Video jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war es von mir. Wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen. Wir warten auf, eben entweder, dass diese Order getriggert wird beim S&P 500. Das gleiche Spiel ist long getriggert. Könnt ihr immer noch reingehen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Und wir hören uns dann später wieder auf jeden Fall. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.